Leute, ihr kennt es, Quiz Time, wir haben Gen 1 bis 6 durch, wir sind jetzt in Gen 7, diese Gen muss sich abreißen, ähm, ja, wird cool, äh, mit dabei sind Downy Downstar und Nest Florian und äh, es geht heute ab, äh, wie gesagt, Gen 7, morgen dann Gen 8 bei Flo und dann sind wir tatsächlich durch mit dieser kleinen Quiz-Reihe, Schreibt in die Kommentare, was ihr noch so sehen wollt, ob ihr mehr Bock, also Bock auf noch mehr Quizzes habt, so rum, äh, Leute, macht natürlich auch mit, dann schreibt rein, wie viele ihr, bla bla bla, na, ihr kennt das, cool, wir legen los, Play-Quiz, seid ihr ready? Natürlich, überhaupt nicht, ich hab grad versucht, falls man's gehört hat, aber, ähm, hat nicht geklappt. Okay, dann, 3, 2, 1, go! Okay, womit fangt man hier an in der Dingens, ist die Frage. Ich fang einfach wieder blind links an, das hat bisher sehr gut funktioniert, deshalb lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Ja, das stimmt, wahrscheinlich. Wo ich die Monster out schreibe. Ja, dass ich den Namen wusste, find ich stark. Du bist so stark, Alter, du bist so ein Mensch. Also, ihr müsst ja wissen, ich, äh, bin bei Present in die Lehre gegangen, und deshalb weiß ich jetzt, wie man sich selbst pusht. Hey, warte, da fehl, ich hab einen Namen safe richtig, wieso ist der, wieso ist der nicht drin? Wieso ist der nicht drin? Ja, passiv. Ah, ist nur bis 802, da fehlen nämlich die Usumons, glaub ich. Die Usumons? Oh ja, Tatsache. Da fehlen die Usumons. Okay, krass. Gut zu wissen. Bei, die hatte ich jetzt gerade im Kopf. Ja, ist egal. Ja. Ich sag, wenn ich die jetzt auch gleich sage, bekomm ich Bonus, okay, cool. Ja, 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 ja. Hätt ich jetzt nicht so ein. Hab ich die schon, ey? Oh, das könnte ganz interessant werden. Hm. So, dann fangen wir mal wohl mit den Startern an, nachdem wir jetzt elf Monats gemacht haben erst. Ja, Starter ist schon mal gar nicht so leicht. Äh, genau. Wie heißt der? Ich weiß nicht, wie der heißt. Warte, ey. Was sind denn die Starter? Ich bin auf die Starter nicht mal, ey. Meine Konzentration ist so am Ende. Mir fällt, mir fällt die eine mittlere Entwicklung nicht ein. Das belastet mich. Ja, mir fällt die, ah doch, natürlich. Von der Wasser, vom Wasser Starter? Nee, vom, den, da war ich verwundert, dass ich den wusste, vom Pflanzen Starter hab ich das gelegt. Okay. Warte, wer ist überhaupt der Pflanzen Starter in der Gen... Ah, natürlich, ja, Moment mal ganz kurz. Stark, Resen Stark. Selbstverständlich, oder? Ich liebe dich, Flo. Okay. So hieß der, naja, oh je je je. Was gibt's denn dann noch alles? Das Problem ist, dass es halt natürlich diese Vor-Alola-Form und so weiter gab und die zählen jetzt natürlich auch nicht rein, so. Hm. Ich verstehe die Problematik, die sie damit haben. So, was war denn die erste Stufe von der Reihe, Alter? Wie hieß der denn? Wie hieß der, Jungs? Mir fällt immer die erste Stufe nicht ein. Ich glaub, mir werden jetzt einfach nur noch so random Dinger in den Kopf kommen, wo ich mir denke, oh, vielleicht könnte der das sein. Ich versuch jetzt grad ein bisschen das Spiel durchzugehen. Aber mir gelingt das grad nicht so gut tatsächlich. Ja, verstehe ich irgendwo. Nee, mir fällt grad dafür zu wenig ein. Wir müssen wohl einfach kreuz und quer machen, okay. Ja, ich seh auch, ich hab auch gar keine Hoffnung mehr, irgendwas nicht kreuz und quer herauszufinden. Okay. Wobei ich mich auch schon wieder frage, was so alles noch mal in dem Spiel vorkam. Nee, das nicht in dem, wie ist denn wieder die Vor-Alola? Wir fallen nie diese Vor-Alola-Mons mit ins Team genommen. Was hatte ich da dabei? Ich weiß nicht, was ich dabei hatte. Wow, wie heißt denn der auf Deutsch? Das könnte, ähm, ja, ich, okay, ich kriege gerade endlich mal ein paar zusammen. Das ist gut. Das ist natürlich schon mal gut. Ich hab 32, wie flappt ihr? 36. Okay, Downy? 27. Okay. Krass, Alter, Flo, was passiert jetzt hier? Ich flieg, aber nicht mehr lange. Ich hab schon mal gefühlt. Zwei hab ich gerockt, Alter. Okay, gucken wir mal ins Kurs. Das haben wir noch, so in der Gen. Ah, natürlich das hier. Boah, ich sitze aber so auf dem Schlauch. Ich hab gar keinen Schimmer. Okay. Gibt's den hier auf jeden Fall noch? Ja, doch. Da kommt jetzt wieder ein bisschen was rein in den Kopf, tatsächlich. Bei mir gar nicht. Ähm, was haben wir noch so? Ich geh grad so gewisse Ereignisse durch. Die Ereignisse. Ganz genau, gewisse Ereignisse. In diesem Spiel. Die sind nicht dabei, oder was? Da müsste doch noch was diesbezüglich sein. Ähm, okay. Konzentrier' ich mich erstmal auf was anderes. Wieso bin ich grad so lost? Was gab's denn im Spiel denn noch so für Pokémon? Ja, das ist natürlich die Frage, ne? Ja, das Problem ist, die sind auch alle irgendwie lowered hier. So gefühlt. Lowered hier, ähm, oh Gott, wie hieß der? Alle irgendwie nach unten gedroppt, ganz am Anfang schon, damals in Gen 7. Ähm. Oh Gott. Ah ja, ja. Äh, äh, ähm. Das ist die Vorentwicklung. Ah ja, ja. Okay. Oh Gott, ich hab die englischen Namen alle im Kopf. Ah, natürlich. Natürlich. Das ist natürlich wichtig. Ich hab nur englische Namen gerade im Kopf. Das ist natürlich wichtig. Also, die ist, diese, das ist wichtig. Der ist auch wichtig. Das war jetzt sehr wichtig. Okay, wo bist du? 43. 46. 35. Okay, 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 weitermachen. Da braucht man auch nicht mal ein bisschen, bisschen struggle zumindest. Ähm. Nee, ich hab so gar keinen Gen 7 im Kopf. Hm, das find ich aber ganz okay. Ja, das find ich auch tatsächlich ganz okay. Ähm. Ähm, dann gibt's den hier noch auf jeden Fall. Äh, wie heißt die Vorentwicklung? Äh, ich hab's. Äh, ich hab's. Das freut mich. Ähm. Okay, ich hab 48. Ich auch. Okay, komm schon, komm schon, komm schon. Weitermachen, Momentum, weiter. Es muss doch so normale Viecher geben. Wir haben noch drei Minuten, ne? Ich hab aber auch die Karte gar nicht im Kopf. Ja, die find ich auch nicht so easy. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Okay, Moment. Auf der Insel war doch... Ich hab zig Millionen Alondamons im Kopf, aber... Ah, natürlich die Reihe. Ja. Ähm. Wie hieß denn die Vorentwicklung? Okay. Wie hieß... Wie hieß die erste Stufe von dem? Oh, 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 oh. Das ist... Hä? Wie hieß der? Nein. Mir fällt's einfach nicht ein. Ähm. Wie hieß die Reihe? Die ersten beiden Stufen. Okay, okay, okay. Das ist auch nochmal wichtig. Ah, natürlich. Das war dieses. Genau. Ich hab's. Oh, wichtig, wichtig. Ich hab 51. Wie hieß du, Flo? 53. Ah, nee. Boah, aber so Zwischenformen und so hab ich gerade Probleme. Komm schon, komm schon, komm schon. Der Stress ist gerade so insane. Ähm. Oh, das hier gibt's noch. Oh, wie heißt das? Wie heißt das? Ja. Wichtig. Oh, das gefällt mir gerade nicht. Flo, wir auf. Es ist... Nee. Also, Leute, wenn sie... Ja, ja, ja. Den gibt's noch. Sie hatte einige coole Designs. Komm schon. Nehmen wir nochmal. Den gibt's noch. Ah, erstmal ist mir der endlich eingefallen. Das war wichtig. Das ist mir der endlich mal einfällt. Ähm. Ähm. Okay, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Den hab ich, den hab ich, den hab ich. Oh, ja, der war noch... Oh, ja. Oh, natürlich. Äh, der hier. Boah, ich bin so kacke, das ist der Wahnsinn. Und die Vorentwicklung. Richtig. So hieß der, genau. Okay, 54. Wo bist du, Flo? 57. Ach, drei Abstand. Jetzt muss ich den richtig krassen rausholen. Auf jeden Fall. Muss ich den richtig, richtig krassen rausholen. Ich weiß nicht, was das letzte Carp holt. Den noch. Was hatten wir? Nee. Also, wir sind nur die Monster eingefallen, die ich mal gedraftet habe. Aber ich glaube ansonsten, ich hab nicht irgendwas noch gedraftet. 2, 3 E, Simon. Okay, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, jetzt. Ich muss jetzt noch eine Dreierreihe bekommen oder so. Du hast nur noch 15 Sekunden dafür. Wie viel hast du? 57. Ja, 57? Was? Scheiße, 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 komm schon, irgendwas. Keine Ahnung, ich hab die Hälfte. Irgendwas. 2, 1, 0, nein. Carguron. Nee, ich hab jetzt halt die letzte Ultrabestie vergessen. Machado und Magian. Wir haben beide 57. Ja, die sind mir gerade noch eingefallen. 0, auf jeden Fall. Bruder. Mimikma. Das war das. Ich hab nämlich an Herrscher-Pokémon gedacht. Und mir ist Mimikma nicht eingefallen. Ja, hab ich so halb dran gedacht. Oh, Royal-Reihe wäre auch insane gewesen. Und am Vierer natürlich. Mir sind Typ Null und Necrozma nicht eingefallen. Ja, das ist traurig tatsächlich. Das ist traurig. Äh, Typ Null und Necrozma sind mir eigentlich nicht eingefallen. Necrozma ist mir eingefallen, aber Typ Null nicht. Also, was mir wirklich wehtut, die Foyal-Reihe. Und was mir richtig wehtut, ich hatte Mantidea, aber nichts Mantis. Genau, mir ist Mantis auch nicht eingefallen. Und das kam mir erst letztens in der letzten Minute oder so. Ja, ach Mann. Aber, okay, ich meine, wir teilen uns den ersten Platz, ne? Mit 57 beide. Ja, aber wir hätten ihn jetzt auch mal alleine ruhig kriegen können. So, sag ich auch. Marcello, warum ich denn da auch? Marcello, ja. Marcello und Magian sind mir voll in das eingefallen. So, Argoion wäre es nämlich noch gewesen. Und Venico. Ja, Argoion kommt weg. Auf die ganzen Namen wäre ich nie im Leben gekommen. Aber das ist halt, ja, ne? Machst du nichts, ne? War halt nicht drin, aber ist okay. Aber du hast 57, ja? Ich habe 57. Shit. Leute, schreibt in die Kommentare, wie cool Flo ist. Aufgabe der Woche ist... Wird. Die Aufgabe der Woche ist weird. Das ist Aufgabe des Tages, nicht Woche. Äh, des Tages. Habt ihr eine nice Aufgabe? Äh, ja, selbstverständlich. Wenn ihr... Mögt ihr es, Milch zu trinken? Pur. Und wenn ja, wie viel? Und auf welcher Temperatur? Und 1,5% oder 3,5%? Haben die diesen Kanal... Welche Art von Milch? Vielleicht mögt ihr auch lieber sowas wie Schafs Milch oder so. Weiß ich nicht. Wir haben außerdem eine Statistik für euch vorbereitet. Lediglich 3,5% von euch, die dieses Video gucken, haben diesen Kanal abonniert. Deswegen lasst auf jeden Fall mal ein Abo da. Aber äh, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und äh, so tolle Videos wie dieses hier, äh, euch nicht entgehen wird. Und schaut auf jeden Fall bei NesFlo und DownyDownstar vorbei. Link in der Videobeschreibung. Aber natürlich auch bei PressPress. Das ist nämlich PresentLPS2-Kanal. Und dort kommen ebenfalls tolle Videos mit uns und anderen. Wie zum Beispiel Mario Kart 8 mit Flo. Das wird super. Und lasst ein Abo da bei DownyDownstar und NesFlo. Links in der Videobeschreibung. Morgen gibt's das Grande Finale bei Flo. Wird nice. Vergesst nicht die 90 Millionen ins Pogetuberhaus reinzubuttern. Schau doch mal, der kommt vorbei, der soll auch gute Videos machen. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.